Leute, was geht ab? Willkommen zurück bei Stadi Performance 2. Ich hab hier vorne ein bisschen was geändert. Ich hab jetzt ein bisschen Farbe hier in meinem Autohaus mit reingebracht, Leute. Ich finde, ich hab die Autos jetzt auch unseren blauen Lamborghini, also unserer Polizei-Lamborghini, hab ich jetzt auch in rot gemacht, dass das... Stadi! Hä? Oha! Max, Junge! Stadi, ich hab ein Problem. Ich brauch deine Hilfe. Wie? Du brauchst meine Hilfe, Bro? Was geht? Alter, ey, Bro, du weißt gar nicht, was abgeht, Mann. Ich werd seit einer Woche oder so bedroht von so einer Mafia. Was? Du wirst bedroht? Ja. Kick, cry, make the... Nein, 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 nein. Doch, doch, die sind übelst krass unterwegs, Alter. Die haben sogar schon Paul Berger, meinen kleinen Bruder und sowas bedroht. Was? Okay, 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 Bro. Ich höre mir auch gerade nicht in der Stadt. Du, ey, du hast dich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaub, der hat Angst hier in Los Santos langsam. Bro, und das Weiß ist... Es gibt eine Sache, die aber mit der kann ich das Ganze beenden. Die sind zu viele, die haben zu viele Waffen, zu viele Leute, da können wir nix machen. Lass die stürmen, Max. Wir stürmen hier jetzt, Bro. Bro, wir ballern hier, guck mal, was ich hier habe, Bro. Ich hab hier ein Rambog-Auto, Junge. Damit knallen wir einfach rein. Ja, aber das sind zu viele, Stanni, das reicht nicht, das reicht nicht. Der Typ, der Chef, der hat mich zu einem Rennen rausgefordert, weil das ist die Renn-Mafia. Die Renn-Mafia? Ja, der hat mich zu einem Rennen rausgefordert. Der meinte, wenn ich's schaffe, ihn zu besiegen, dann wird er mich und Paul Berger in Ruhe lassen. Aber wenn ich verliere, dann wird er mich für alle Zeit fertig machen. Und denkst du, dass du das Renn nicht schaffst, oder was? Bro, das ist die Renn-Mafia. Weißt du, was die für Autos haben, Alter? Ja, aber die haben doch nicht krassere Autos wie Stanni Performance. Soll ich dir mal hier einen kleinen Rundgang geben? Deswegen bin ich zu dir gekommen. Ich brauch das heftigste Renn-Auto heute. 10.000 PS-Auto, 2.0. Bro! Nein, Bro, du willst, nein, nein, nein. Du willst wirklich ein 10.000 PS-Ding haben. Bro, ich sag's mal so, der hat hier meinen neuen Lambo gesehen und hat gelacht. Okay, Leute, das ist ja hier der neue Coontouch. Der ist schon eigentlich echt krass. Ist natürlich jetzt von der Leistung her auch nicht das Krasseste, Max. Ja. Ja, also du kannst dir hier so ein bisschen mal die Autos hier angucken, die ich habe. Ich hab jetzt, Leute, ihr wisst, wir haben jetzt natürlich nicht alle Autos hier. Wir haben natürlich auch noch ein paar Autos im Geheimversteck. Ich brauch echt Hilfe. Ja, Max, wir machen das schon, wir machen das schon. Ich sag dir ehrlich, das Ding ist, Leute, ihr wisst ja, wir haben ja gerade das Problem auch mit dieser Rainbow Race Crew. Das Ding ist, ich will nicht unbedingt eigentlich, ich will es für Max machen, aber ich hab ja das OP-Auto. Ich könnte es ihnen ausleihen dafür, aber wenn das kaputt geht, Leute, und dann kriegt Max richtig Probleme mit der Mafia. Und das will ich auf jeden Fall nicht. Ja, wir haben hier aktuell noch gar nicht so viele Autos drin. Wir haben jetzt hier gerade noch einen Rolls-Royce Cullinan. Und hier oben habe ich, ähm, ja, noch so zwei so Geschäftsautos, weißt du? Ja, mhm, okay. Ja, was sagst du dazu, Max? Pass auf. Wir müssen uns jetzt einen Schlachtplan machen, wie wir am besten ein gutes Auto für dich zubekommen, weißt du? Gar nicht, ich kann direkt schon aufgeben. Nein, hä, wenn du aufgibst, dann musst du... Ich dachte, du wärst meine einzige Hilfe. Bro, der musst du GTA 5 verlassen, wenn du aufgibst. Das dürfst du nicht, Max. Bro, die Autos sind ja nicht schlecht, die du hier hast, aber, Digga, ich glaube, du checkst nicht das Ausmaß von dieser Renn-Mafia. Oh, Leute, Leute, Leute. Wo ist denn der alte Stunny-Performance mit seinen krassen 10.000 PS-Autos und sowas? Das ist alles... Du hast zwar Lambos und so, das reicht aber nicht. Das ist wie, als würde ich mit einem Fiat Punto gegen die antreten. Ja, 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 ja. Okay, Leute, ich glaube, es ist Zeit, Leute. Das war's. Stunnys tut mir... Ich verabschiede mich schon mal. Leute, Leute, ich glaube, ich muss Max... ...Wert GTA verlassen. Nein, nein. Leute, ich glaube, ich muss Max mal in geheime Base zeigen, Leute. Dass er wieder Hoffnung hat und dass wir ihn autotunen können. Max, warte! Max, warte, warte, warte. Komm mit, komm mit. Wir müssen verdeckt fahren. Hä, wie? Steig ein. Park dein Auto hier oder da hast du ja schon geparkt. Wir müssen verdeckt fahren. Okay. Wir fahren jetzt zu einem Ort. Du musst mir eins versprechen, Max. Du weißt, wir sind die Einbruchbrüder. Ja. Und wir halten zusammen. Ja. Einbruch, Brüder. Einbruch, Brüder. Und ich werde dir jetzt einen Ort zeigen. Den dürfst du niemals, egal was passiert, den dürfst du niemals jemandem verraten. Okay, ja. Niemals versprochen. Okay, Leute. Versprochen wird auch nicht gebrochen, Leute. Ich sage euch ehrlich, wenn ich auch niemandem eigentlich den Ort zeigen würde. Aber, Leute, Max ist schon so lange mein Freund. Den können wir auf jeden Fall vertrauen. Und jetzt steckt er gerade in der schlechten Lage. Und deswegen müssen wir ihn da rausholen. Und ich werde ihm jetzt unser illegales Tuning, äh, ja, unsere illegale Tuning-Werkstatt zeigen. Und ich bin gespannt, was er dazu sagt. Und dann wird er wahrscheinlich wieder Hoffnung haben, gegen diese Mafia anzutreten. Und dann kann er immer noch im GTA 5 RP bleiben, Leute. Das wäre so geil. Also, ab geht's. Okay, Max. Du musst jetzt einmal deine Augen zumachen. Okay, ich habe die Augen zu, versprochen. Ja, sehr gut. Okay, okay, okay. Okay, so, wir fahren jetzt hier rein. So, du kannst die Augen wieder aufmachen. Hä? Hä? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier mitten in der Erde, Max. Alter, sind wir unter Mount Chiliad? Wir sind unter Mount Chiliad, ja. Und hier, unter Mount Chiliad. Hier habe ich mir was aufgebaut, Max. Bro, was ist das denn hier? Weißt du, warum ich oben nicht mehr so die krassen Autos haben kann? Warum? Bro, weil die Polizei, das gab zu viel Ärger. So, einmal Stani Performance. Zack, das Tor geht auf. Nur mit meiner Stimme. Stani Performance. Und ja, es gab zu viel Ärger. Und ich musste meine ganzen Gerätschaften nach unten verlagern. Und hier sind wir, Max. In meiner illegalen Tuning-Werkstatt. Und ich werde dir jetzt mal zeigen, welche Autos ich hier habe. Du siehst, das sind hier alles richtig krass illegale Gerätschaften. Und guck mal, Max. Junge, Stani, wie krass, ja. Was ich hiermit machen kann. Du hast sogar eine Hacker-Station hier. Bro, ich könnte mich sogar an deine Kameras reinhacken von deinem Haus. Alter. Ja, ja, ja. Deswegen, also das ist hier, Bro. Junge, was hast du dir hier aufgebaut? Das ist ja total heftig. Ja, Bro, das ist sehr, sehr heftig. Und hier werden halt die Autos abgestimmt, Bro. Auf eine Stage. Die ist zu krass. Die gibt es normalerweise hier. Dafür brauche ich die ganze Gerätschaften hier. Das ist eine Hacker-Stage, Junge. Zack, zack, zack. Das ist ganz, ganz krank. Und ich zeige dir jetzt mal die Autos, die wir gerade vorrätig haben. Okay. Und zwar, es gibt so eine Rainbow-Racing-Crew, an der ich gerade dran bin. Da bin ich gerade verdeckter Ermittler. Und da habe ich jetzt gerade auch ein Auto hier zusammengebaut, Bro. Das steht da hinten. Da siehst du es gerade. Hä? Ja, ja, ja. Das ist geil. Alter, das kann man ja kaum angucken. Bro, das ist zu krass, ja. Und dann haben wir hier, habe ich hier noch ein Konzept-Renault. Oh, der ist noch nicht draußen. Da noch mal hier so ein Fake-Lamborghini. Oh, Alter. Und, Bro, wir haben sogar exklusive Autos hier hinten noch, beziehungsweise ein. Junge, das geht ja noch mal weiter hier. Und zwar, guck dir das an, Bro. Das habe ich vom FIB geklaut. Hahaha. Bro, das ist so ein riesen Humvee-Ding. Full gepanzert. Muss ich jetzt noch ein bisschen umbauen. Ja, Max, ich sage dir ehrlich, ich bin auf jeden Fall der Richtige für dich. Das Ding ist, ich könnte theoretisch, ich sage dir, mit diesem Auto hier wäre over. We're over. Aber das Ding ist, ich muss das Auto gerade verdeckt halten. Ich kann damit nicht öffentlich rumfahren, weil ich da gerade an der großen Sache dran bin. Aber, weißt du was? Ich besorge dir ein neues Auto. Okay. Und dann, Bro, ich besorge dir ein neues Auto. Werd das hier auf, tune. Und dann werden wir gemeinsam zu diesem Mafia-Boss da hinfahren. Hier geht es ja noch weiter runter. Und dann, ja, ja, das ist, äh, Dings, da kannst du dir auch das von unten angucken. Boah. Ja, wir haben auch hier, ich kann dir auch noch einen Geheimeingang zeigen, falls du mal Probleme hast. Komm mal mit. Junge, ist das krass hier. Das ist hier alles sehr, sehr, äh, Secret, weißt du? Das wurde hier extra eingebaut. Komm mal mit. Hier ist ja auch, guck mal, das sieht ja erstmal aus wie normale Hallen. Dann hat man ja hier den Geheimeingang, so. Ja. Dann hat man hier einen weiteren Geheimeingang ins Lager. Und, guck mal, wo man hier hin kann, Bro. Ja, das besteht ja nur aus Geheimgängen hier. Gibt es auch nochmal eine geheime Leiter, wo man, falls vorne welche reinkommen, wo man abhauen kann, weißt du? Junge, heftig. Dann kommst du direkt raus. Ja, das ist hier alles wirklich Dings. Also, ich sag dir auch ehrlich, Max, wenn du mal Probleme richtig haben solltest und du runtertauchen willst, bist du natürlich hier bei mir auch herzlich willkommen. Ja, das ist nett von dir. Vielleicht, wenn das mit der Mafia da schiefläuft, mit der Rennmafia. Wie sieht es eigentlich aus mit Geld? Was hast du an Budget so? Was können wir jetzt hier so, was kann ich investieren, Bro, dass wir hier groß dein, das klären mit der Mafia, mit der Rennmafia? Ich sag es mal so, Stani, ich hab eigentlich nix. Wie, du hast, hä? Max, wie, du hast nix? Wie, Max, du hast nix? Bro, diese Mafia, die ist so mächtig, damit du das mal checkst. Die haben sogar meine Konten einfrieren lassen. Bro, die haben alle deine Konten einfrieren lassen? Die haben Connection zum Finanzamt und sowas, weißt du? Ach du Scheiße, Leute. Die haben alle meine ganzen Geldflüsse, alles wird direkt gepfändet. Die haben hier quasi wie so einen Insolvenzstatus oder sowas gegeben. Ey, mit denen ist nicht zu spaßen. Stani Performance. Oh, ich hab gar nix mehr. So. Ey, Max, pass auf. Ich werd dir ein Auto besorgen. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich muss jetzt selbst recherchieren und, äh, Dings. Aber wie viel Zeit brauchst du, weil der hat, ich hab nur bis morgen Zeit. Bis morgen Zeit, oh mein Gott, Leute. Okay, das ist wirklich ernst, als ich gedacht habe. Ich hab kein Rennen gegen den Fahrt, dann werden die mich so fertig machen, dass ich komplett die Stadt verlassen kann. Okay, okay, kein Problem. Max, weißt du was? Ich besorg dir das Auto. Ich besorg dir das Auto und wir sehen uns wieder, okay? Ja, okay. Okay, warte. Kann ich so lange in deiner Werkstatt warten? Bro, safe, safe, safe. Hab da Angst, ich warte da einfach so lange, okay? Ja, warte, in meiner Werkstatt, Leute, da ist er auf jeden Fall sicher, weil da nicht mal die Mafia weiß, wo die Werkstatt ist. Da, ey, ey, Dings, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, keine Sorge. Das ist auch gut, Bro. Wenn du erstmal nicht unterwegs bist, dann denken die jetzt, du hast Angst und so und dann kommst du gleich mit einem richtig krassen Auto. Dann sag, ruf dich schon mal an, Alter, und mach die fertig. Sag so, Bro, mach dir eine fette Ansage. Okay, du musst hier ab hier laufen, Max, ja? Ja, ich warte hier. Okay, sehr, sehr gut, Leute. Bro, das ist so krass. Okay, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, wo wir für Max ein Auto herkriegen. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass die Mafia vielleicht hier sogar die ganze Stadt kontrolliert und wir jetzt deswegen überall Verkaufsstopp von Autos haben. Bei mir waren die zum Glück noch nicht gewesen, aber Leute, ich werde jetzt für Max ein bisschen Geld investieren, werde zum Autohaus hinfahren und werde für Max ein krasses Auto holen, das werden wir dann zusätzlich nochmal noch heftiger auftunen. Ich sage euch ehrlich, was auch ein bisschen traurig ist, Leute, dass wir selbst kein so schnelles Auto mehr haben. Wir müssen uns echt mehr schnellere Autos besorgen. Wir haben halt zu viele normale Autos, aber ist egal, Leute, bei unseren Kollegen hier vor Premium Deluxe, die kriegen jede Woche so viele neue Autos, Leute. Hoffe ich, dass mal wieder was Neues dabei ist und okay, okay, Leute, ich sehe schon, gerade jetzt, oh, okay, oh, okay, Bugatti Extreme Sport Variant, Bro. Guten Tag, der hier. Guten Tag, was hat das denn hier mit dem Bugatti auf sich? Ja, der kostet normalerweise sieben Millionen. Sieben? Oh, das ist aber, Leute, das ist ein guter Stab hier, das ist der Preis. Ich würde sagen, Leute, ich gucke mich mal nochmal ein bisschen um, aber ich sage euch, alle Autos hier, die sind nice, die sind auch schnell, aber ich glaube, der Bugatti wird sich am besten noch zum Tuning ereignen, dass man hier noch ein paar PS mehr rauskitzeln kann. Was hat denn das Auto aktuell am PS? Ja, es hat aktuell 1800 PS. Software frei, Software, was kann man da? Ja, ja, alles frei, ja. Okay, Leute, das ist sehr, ja, ich würde das Auto gerne kaufen, direkt bar vor Ort, beziehungsweise per Karte. Normalerweise sehr gerne, aber wir haben leider einen Verkaufsstopp in dem Moment, ja. Hä, Verkaufsstopp? Warum denn das? Ja, ähm, okay, hören Sie mir mal ganz gut zu, ja. Ja? Das ist jetzt hier nicht offiziell, aber, ja, wenn wir heute Auto verkaufen, werden wir von dieser Run-Muff hier fertig gemacht, weißt du? Was? Ja, mein Chef hat mir verboten, ein Auto verkaufen, ja. 24 Stunden zufällig? Ja, genau, ja, bis morgen. Um was geht's genau? Warum wollen die das machen? Bro, ich weiß noch nicht warum, ja. Aber mein Chef hat mir gesagt, wenn wir Autos verkaufen werden, die unseren Laden hier fertig machen, ja. Okay, okay, oh mein Gott, Leute, okay, die Renn-Mafia ist doch mächtiger, als ich gedacht habe. Ist natürlich clever, Leute, die verkaufen den Stopp, machen Verkaufsstopp aller Autos, dass Max nicht kein neues Auto kaufen kann, frieren die Konten ein und dann kann er theoretisch ja gar nicht gegen diese Renn-Mafia gewinnen, Leute. Das ist halt das Krasse. Äh, okay, alles klar, äh, schönen Tag noch, der Herr. Hier, guten Tag. Boah, das ist heftig, Leute. Die werden wahrscheinlich überall ihre Augen haben. Wir müssen aufpassen, dass wir so eher im verdeckten Arbeiten, Leute, nicht, dass die uns sehen. Ich hätte eine letzte Idee, wie wir Max retten können und das wäre, Leute, wir fahren zum Schrottplatz und machen so wie in den guten alten Zeiten, Leute, bauen uns ein Auto von Null auf, ein Schrottauto und machen daraus ein 10.000 PS OP-Auto, wo wir eventuell auch das Rennen gegen die Renn-Mafia gewinnen können. Aber ihr wisst, Leute, das Hauptproblem bei so einem Schrott-Autos ist, die können jederzeit explodieren und gehen kaputt. Besonders bei krassen Tuning, wenn wir das machen. Aber wir müssen das Risiko eingehen. Ich kann anders, Leute, wir müssen hin, wir müssen hin. Hey, Leute, ey, Leute, überlegt mal, Max hat selbst sein neues Auto hier einfach so stehen lassen. Damit merkt ihr mal, wie verzweifelt der Typ ist, Mann. Ich glaub's nicht, ey, der arme, Leute. Ah, okay, gut, egal. So, ich werde jetzt hier den LKW fertig machen, direkt zum Schrottplatz und ich hoffe, dass wir da irgendwie was, irgendwas Brauchbares finden, Leute. Es muss nicht mal was Krasses sein. Ich versuche aus dem Besten irgendwas zu zaubern. Ich bin mal gespannt, was wir da für Auswahl haben, aber das wird unsere einzige Möglichkeit sein, überhaupt an Autos ranzukommen. Ey, Kalle ist heute wieder da, Leute. Ey, Stanni, du altes Haus, wir reden dir. Ey, du mit deinem dicken Bauch, Alter, ich hab dich vermisst, Alter. Richtig, ich war in Urlaub, ich war in Urlaub. Boah, du stinkst immer noch wie am ersten Tag, das hat ja nichts geändert an Mallorca. Geil. Ey, du bist immer rund zu welch wie am ersten Tag, kommst immer mal wieder und haust wieder ab, ne? Ja, du, pass mal auf. Nein, das ist auch nix. Hast du hier auch gerade ein Verbot von der Rennmafia bekommen? Ach, mich kann keiner mehr verbieten, ich sag dir, so bitte sollen sie vorbeikommen. Du, ich brauche ein Auto hier, warte mal, was fährt hier noch? Fährt die Gurke hier überhaupt noch? Wie sag ich mal so schön, probieren die überstudieren, ne? Oh, 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 der geht so, oh, oh, der, also der Motor ist ein bisschen... Du bist ja bei Kalle, bei mir kann alles fahren. Ey, das ist sehr nice, äh, boah, Kalle, ich sag dir ehrlich, ich würde eigentlich das Auto nehmen, ich glaube, das ist eine gute Basis, die ich hier habe. Weißt du was? Wenn du mir versprichst, dass du öfters kommst, gebe ich dir hin so mit. Kalle, ich komme doch immer zu dir. Ja, ja, da kannst du mitnehmen, die wollen die wegkriegen. Oh, geil, Leute, geil, 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 geil. Wir haben hier so ein neues Auto. Ey, wenn ich das Max zeige, der wird durchdrehen, wenn der weiß, mit was wir hier für ein Auto anfangen zu tunen. Aber gut, okay, da sollen wir in Chelsea starten, die Performance-Pierre, mal gucken, was ich aus der Schrottkarre machen kann. So, Leute, abgeschleppt, die Gurke, die werden wir auch mal direkt hier nach hinten fahren. Äh, und das, boah, ich hoffe, dass nicht hier das Ding explodiert hinten drauf und dann ist natürlich direkt auch mein ganzer LKW kaputt, ne? Hey, Leute, wer kommt denn da hinten, Alter? Was ist das denn für ein Typ? Oha, der hat so eine richtige Luxuskarre. Okay, warte mal, ich muss mal kurz gucken, was der hier... Oh, okay, Leute, das scheint auf jeden Fall ein sehr krasser Typ zu sein. Morgen, der Herr. Ja, herzlich willkommen bei Stani Performance. Max, 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 hau ab, Max. Geh schon weg, geh schon. Ja, 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 ja. Okay, okay, Stani, ja. Äh, was wollen Sie denn hier bei mir? Bitte die Zigarette ausmachen! Hier im Stani Performance. Stani, ich gehe dich hinsetzen. Hinsetzen? Ja, okay. Hinsetzen. Was, wie, was? So, hör mir zu. Ja? Ja, ich werde jetzt hier 24 Stunden Urlaub machen. Wie, Urlaub machen? Urlaub machen. Ich will nicht, dass du heute, ab jetzt, in diesem Zeitpunkt, 24 Stunden, nichts verkaufen. Oh mein Gott, Leute, jetzt ist der Typ hier sogar, das ist wirklich der Typ von der Mafia. Äh, wieso? Äh, ich muss aber Geld verdienen. Wie, wieso? So, soll ich dir sagen, wieso? Oh, nee, nee, alles gut, aber ich verdiene doch denn gar kein Geld. Ja, du wirst über den Weg kommen, ne? Aber darf ich Autos tunen? Ist das erlaubt? Solange kein Geld über diese Tücke gehen, ist es mir egal. Aber ich sage dir so, wenn du verkaufen tust, dann sehe ich das als Angriff in meine Bio-Mechanismus, ne? Ja, und du weißt ja, wenn ein Wald, kann es dann wieder fluchtbar werden, wenn viel Holz brennt. Äh, ich verkaufe natürlich keine Autos, alles Gute hier. Äh, besser ist. Los, Max, Leute, du wolltest dich, Max, versteckt, Mann. Ja, Standi. Max, 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 wo bist du, wo bist du? Hier um die Ecke. Oh, ich seh dich nicht. Warte mal, hier hinten. Ich bin beim Tresen jetzt. Nein, hier, die andere Richtung. Alter, komm schon, hier ins Büro, Mann, Bro, da war gerade der Krieg. Ja, das war diese Mafia. Hey, Chef! Oh nein, nein, nein. Komm mal raus! Ja, 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 ich komme raus, ich komme raus. Ja, gibt's ein Problem, oder was? Und damit ich habe, dass du nichts verkaufst, ich hole das Auto 24 Stunden in mir. Hä? Ja, okay, okay, was soll er machen, Leute? Ich verkaufe nichts, ich werde eh nichts verkaufen, aber er hat auch nichts gesagt von Tune. So, Max, 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 der Typ ist weg. Dani, hast du denn jetzt was Gutes? Ja, Bro, ich habe ein richtig krasses Auto für dich besorgt, Bro, da sehe ich sehr viel Potenzial. Weil das Ding ist, Max, der Typ hat alles in der Stadt dicht gemacht. Man kann nirgendwo mehr Autos kaufen. Ja, ich sage doch, die sind voll krass. Bro, die wollen dich richtig platt machen, checkst du das? Ja, ich weiß, ich weiß, ja. So, jetzt hier, jetzt warte ab, Bro, ich habe eine richtig kranke Karre für dich. Die ist da hinten auf meinem LKW und das Ding werde ich jetzt natürlich noch auftunen, Max. Also sei auf jeden Fall gespannt. Ja, ich gucke mir das mal an. Nein, ey, das ist, also da sehe ich Potenzial drin. Max, da sehe ich Potenzial drin. Geil, oder? Das hast du besorgt? Ja, das ist das einzige Auto, was ich gekriegt habe, mein bester. Mein bester aller Juts da. Oh mein Gott, ich kann die Stadt jetzt schon verlassen. Bro, nein, 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 Max, warte doch mal. Ich lade den jetzt ab hier. Wie willst du denn da raus, was krasses rausholen? Max, der hat richtig Power hier. Guck mal, boom, zack, anderer Motor rein und dann wird das schon. Ich glaube ja nicht dran. Ich packe schon mal meine Koffer. Bro, nein, nein, oh Leute, okay, ich glaube, das war jetzt nicht so überzeugend bei Max gewesen. Das Ding ist, Leute, wir werden jetzt hier erstmal das erste Tuning machen, Leute. Das können wir hier machen und dann müssen wir das Auto eh überführen in die illegale Werkstatt und dann müssen wir weitermachen. Bro, ich habe keine Ahnung, Leute, das wird auf jeden Fall teuer werden, aber ich hoffe, wir können irgendwas aus diesem Auto rausholen. So, Leute, okay, okay, Leute, also das erste Tuning war jetzt ungefähr. So viel nicht so erfolgreich gewesen. Ey, Leute, ich hoffe, dass das nächste Tuning auf jeden Fall ein bisschen besser aussieht, aber ich habe schon das Beste aus dem Auto rausgeholt, was es ging, Leute. Und wir haben, ja, einen Toyota bekommen. Einen Toyota mit Überrollkäfig. Das sieht echt nicht gut aus wie Max. Leute, ich werde das nicht jetzt nochmal tunen. Ich hoffe, ich hoffe, jetzt wird es besser. Bro! Okay! Okay, Leute! Junge, das ist ein Supra, Leute! Wow, wow, wow! Oh mein Gott! Bro, das ist sogar ein Drift-Supra! Nein, 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 nein! Bro, wir haben den als... Ich habe den eigentlich gar nicht als Drift umgebaut, Leute. Eigentlich wollte ich einen Renn-Supra bauen. Aber irgendwie habe ich was an der... Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe irgendwie Software-mäßig ein bisschen was falsch gemacht. Äh, ein bisschen zu viel Power auf der Hinterachse, dass das Ding ein bisschen mehr driftet. Anderen Übergang bei den Gängen. Und dann haben wir jetzt hier schon ein schnelles Drift-Auto. Ist ganz geil, Leute, weil das Auto hat sehr, sehr gutes Potenzial, dass wir daraus was sehr Krasses machen. Aber ich sage euch ehrlich, hier können wir nicht mehr viel machen. Ich sage, das war's gewesen, Leute. Wir haben nicht mehr so viele Teile vorgelegt. Wir müssen uns erstmal hier auch neue Teile holen in die Werkstatt. Und deswegen werde ich jetzt in die Secret Base fahren, Leute. Und werde das Auto auf die maximale Stufe direkt ohne Kompromisse bringen. Bro, ich sage euch ehrlich, das... Oh, das Auto ist echt schon geil, ne? Also, oh, schönes Drift-Auto geworden. Schöner Supra, Leute, feiere ich. Ich sage euch ehrlich, wir müssten auch viel, viel mehr mit Drift-Autos machen, weil so... Oh, 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 okay. Ich bin halt auch ein schlechter Drifter, Leute. Ich müsste mal vielleicht ein bisschen mehr üben mit dem Driften. Aber wäre auch geil, wenn wir irgendwie so eine Abteilung hätten, wo wir Drift-Autos anbieten. Wie krass wäre das denn bitte? Ey, also, mein Traum ist eigentlich, Leute, alle Abteilungen irgendwie so zu haben. Mein Traum ist, es ist eine SUV-Abteilung, Geschäftswagen, Drift-Autos, Supersportwagen, Hypercars. So was alles wäre echt krass. So, Leute, das Auto steht bereit. Ihr wisst, wir müssen hier wieder am Computer gehen und dann mal gucken, was wir draus zaubern. So, Leute, ich sage euch ehrlich, ich konnte das Problem mit dem Driften beheben. Also, es sollte jetzt kein Drift-Auto mehr sein. Äh, okay, okay. Hm. Leute, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Leute, was ist das für ein Supra? Was ist das für ein Supra? Nein, 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 Leute, Leute, das ist, das ist Rainbow. Das ist die erste Stufe für Rainbow. Sagt mir bitte nicht, dass wir Rainbow freigeschaltet haben. Bro, wir können noch nicht wirklich, guck mal, das ist die erste Stufe Rainbow. Ich sage es euch, Rerap. Das ist zu krank, Leute, das ist zu krank. Das ist, Bro, ich, ich sage euch ehrlich, so ein Auto, selten so ein heftiges Auto gesehen. Wir können es sogar noch ein bisschen tiefer legen. Bam, zack, Leute, ich würde Neonlichter auf jeden Fall noch runter machen. Safe muss runter, Leute. Und ich würde die sogar in rot machen. Boah, wie geil das aussieht, Leute, das Auto. Ey, das Auto ist ja eine 10 von 10. Aber Farbe können wir gar nicht so krass ändern. Heftig, Leute, das ist einfach schon alles vom Auto so fest. Ich werde hier noch so ein bisschen rot, ey, das Auto ist krank. Leute, das Auto, Bro, wie das fährt. Ich sage euch ehrlich, das ist, Leute, das ist mit meinem, ich würde fast sogar sagen, das ist eins der bestgetunetesten Autos von Stani Performance. Stani Performance. Das Auto hat so viel Power. Das Auto hat, Leute, ich sage euch ehrlich, das Auto hat so viel Power. Guckt euch alleine den Motor an. Das ist, Leute, das ist eine Rennmaschine. Das Ding ist wirklich nicht mehr normal, alleine mit den Tiefbettfelgen. Max. Ja, Stani, oh mein, was? Bro. Boah, das hast du aus der Kiste rausgeholt? Bro, das habe ich aus der Kiste rausgeholt. Das ist die Vorstufe, Bro, von Rainbow, ne? Das ist die Vorstufe von Rainbow. Und Max, das Auto ist wirklich sehr, sehr krass. Und das habe ich hier fürs Rennen zur Verfügung gestellt. Wir werden jetzt gemeinsam da hinfahren. Wir müssen hier ein bisschen softwaretechnisch eventuell noch ein bisschen was anpassen, weil ich bin hier noch gar nicht Probe gefahren. Aber lass den erstmal jetzt im Straßenmodus, ja? Weil ansonsten wird es wahrscheinlich ein bisschen zu stellen. Bro, der lässt sich schon echt richtig gut fahren. Ey, der sieht doch echt geil aus. Ey, Max, ich sage dir ehrlich, der wird damit... Also, wenn er eine Chance hat... Ich sage es dir jetzt ansatzweise. Also, wenn wir das Rennen verlieren sollten, werde ich Stani Performance schließen. Boah, war es dann? Das heißt, Stani Performance weg und I Cry Max weg. Bro, hörst du auch den Turbo? Pass mal auf, hörst du den Turbo? Warte mal. Wechsel mal in Gang. Boah, hört ihr das, Leute? Boah. Der Turbo, Leute, den hört man so richtig saugen und so. Bro, du musst zum Flughafen... Oder teste den erstmal hier, teste den erstmal hier. Ja, ja, ich teste den jetzt mal hier. Okay, mach mal den Sportmodus rein. Okay, warte, ich werde jetzt hier ein bisschen was umstellen am Auto, Bro. So, zack. Und jetzt, ich sage dir ehrlich, jetzt glaube ich... Also, jetzt hat der gerade mal 50%. Jetzt hat der gerade mal 50%. Okay, ich teste den jetzt mal 50%. Weil wir müssen langsam anfangen, Bro. Das war eine absolute Schrottkarre. Wir müssen langsam anfangen. Ja. Okay, ready? Ready. Bro, 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 bro. Der kommt sehr, sehr, der kommt sehr brutal. Ja, ja, okay, okay, okay. Okay, wir waren bei 500 kmh, jetzt schon, Alter. Jetzt schon, das ist gerade mal 50%. Überleg dir das mal, wie krass das ist. Bro, wir müssen einmal die 100%-Stufe testen. Bro, bist du sicher? Wir müssen es probieren. Gleich im Rennen muss ich von dem Wagen auch anders ausverlangen. Guck mal, Max, 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 Max. Ja. Unter uns, unter uns. Ja. Max, du kannst dich die 100%-Stufe direkt testen. Warum? Bro, das Auto kann jedes illegales Tuning, Bro. Das Auto kann jederzeit explodieren und auseinanderfliegen. Okay, dann werde ich es erstmal bei 50 belassen. Wir müssen wirklich die 100%-Stufe wirklich nur im äußersten Notfall einsetzen. Fahr jetzt zum... Bro, ich sag dir ehrlich, das reicht. Junge, der zieht so krass, wow. Fahr am besten jetzt zum Flughafen und dann werden wir diese Renn-Mafia ausschalten, Junge. Okay, let's go. So, Max, denkst du, der Typ ist schon da, oder was? Ich sehe da vorne zumindest mal jemanden. Oh, 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 das... Ja, ja, das ist der, das ist der von der Renn-Mafia. Nein, nein, Max, Max, der hat echt ein krasses Auto. Bro, er hat ein sehr... Was ist das? Was hat der? Bro, das ist so ein... Привет! Das ist so ein extra, Bro, das ist so ein Hochgeschwindigkeitswagen, glaube ich. Alter, nein. Alter, was ist das denn für ein Wagen? Äh, ich hab dir noch was aus dem Rest rausgeholt, oder was? Äh, Bro, wir haben hier ein Auto besorgt. Du bist hier von der Renn-Mafia, oder was? Ja, ich nenn's Organisation. Mafia hört sich so böse an. Ja! Also, wir fahren drei Runden. Hat ein Kollege dir gesagt, worum es hier geht? Ja, hat es mir gesagt, also, das ist... Was passiert, wenn du, wenn ihr verlieren tut? Ja, wir nicht. Ich hab damit ja eigentlich... Doch, Leute, ich hab damit auch... Ist mir egal. Wir, ich geb alles auf. Wenn wir hier verlieren sollten, ich werde alles aufgeben, was ich habe. Nein, Stanni, das musst du doch... Du musst nichts aufgeben. Doch, für dich war ich das, Max. So, macht euch bereit. Du wirst eh keine Chance haben. So, drei Runden, so wie immer, oder was? Drei Runden um den Flughafen. Da. Okay, Max. Bro, du musst jetzt alles geben. Warte mal, ich frag mal, ob ich fahren kann. Kann ich fahren? Nein, dein kleiner Freund fährt. Okay, okay, Max. Du machst das, Max. So, ich werde eine Granate wirfen. Wenn die so hoch gehen sollte, fahren wir los. Okay, okay, okay. Leute, 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 das könnte jetzt echt krass werden. Max, los! Ja, ich geb Kickdown. Oh, der ist ja auch schnell, der ist schnell, der ist schnell. Oh, Bro, er ist sehr, sehr schnell. Nein, 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 nein. Max, du musst den Co wie gut nehmen. Sehr gut, Max, Max, Max. Ja, guck mal, Bro, da haben wir... Hä, der ist abgekürzt. Alter, was ist das denn für einer? Bro, 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 ruhig, 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 Max, 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 Max. Oh Gott, Gott, wir kommen da wieder, wir kommen da wieder. Nein, Bro, er ist zu schnell, Max, er ist zu schnell. Er ist wirklich schnell, er ist wirklich schnell. Warte, warte, warte. Ich ändere hier was am Modus, Bro. Jetzt könnte es echt gefährlich werden. Oh, Stati, was hast du gemacht? Was hast du... Bro, warte, 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 warte. Ah, die Bremse ist zugezogen. Aha. Bro, jetzt... Wir müssten mehr Power haben. Wir müssten jetzt mehr Power haben, Max. Warte, Kickdown. Kickdown. Oh, let's go, Max. Let's go, let's go, let's go. Jetzt Konzentration beim Fahren, Bro. Konzentration beim Fahren. Oh, mein Gott, guck mal, ich nehme die Kurve wie ein King. Bro, guck mal, er hat gar keine Schamme. 200 in die Kurve. Oh, zweite Runde geht's safe an uns, Bro. Du dürfst nicht so... Oh, Max, 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 Max. Oh, nein. Oh, nein. Ha, ha, ha. Ihr werdet verlieren. Max, ich werde nochmal ein bisschen was an der Power machen. Okay, jetzt haben wir alles. Wir haben 100%, Max. Meinst du echt, meinst du echt, dass ich zu viel? Bro, wir müssen 100% machen, sonst schadieren wir das, Dick, vielleicht. Okay, jetzt alles geben. Jetzt alles geben, Max. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was? Ja, die Geschwindigkeit. Oh, 300. Oh, mein Gott. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist sogar noch mehr drin, Max. Aber übertreibt's vielleicht. Übertreibt's vielleicht nicht. Oh, Max, Max, Max. Nein, 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 nein. Oh, er hat auch sich verfahren. Sehr gut. Oh, Max, wie fährst du? Bro, das Ding hat zu viel Leistung. Okay, okay, ruhig, 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 ruhig. Hier, die letzte Kurve, die letzte Kurve. Die letzte Kurve. Oh. Oh, Max, Max, Max. Kickdown. Let's go. Oh. Bro, Max. Das war echt ein knappes Ding. Alter. Bro, die Kiste sind wir bis zum Anschlag, haben wir die durchgetreten. Alter, so. Oh, das war's gewahr. Wie ist mit der Renn-Mafia? Du kannst nach Hause fahren. Ja, hä? Mit dir muss ich ein bisschen reden. Was willst du mit mir reden, hä? Mach mich in Ruhe, Renn-Mafia. Fahr. Hey. Fahr. Tschüss, Stani, danke schön. Danke, Max. Was willst du? Wir wissen, dass du das Auto für ihn getunt hast. Hey, das war sein Auto. Wir werden morgen kommen zu dir und dann du wirst anfangen, für uns zu arbeiten. Hey. Und wenn du's nicht machst. Hey. Haben wir uns verstanden? Hey, lass mal den Supra in Ruhe. Tschüss. Hey, Leute, ich kann doch hier nicht mit der Renn-Mafia zusammenarbeiten, Bro. Die Max bedroht haben, das geht doch nicht. Hey, Leute, wir werden jetzt erstmal zurück zu Stadi Performance fahren und... Ach, nein, 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 okay, das war zu viel, Leute. Das war zu viel, das war zu viel fürs Auto, Leute. Wir haben's zu viel abverlangt. Ich wundere, dass es überhaupt noch gefahren ist. Ich dachte, eventuell... Wir sehen uns morgen. Ja, ja, wir sehen uns, Leute. Ist egal, ich wäre jetzt wahrscheinlich... Ja, Leute, ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt noch was retten könnten. Schade, weil ich ein geiles Auto gewesen bin. Aber das ist klar, Leute, wenn 100%, 110%, dann gehen die Autos kaputt. Leute, wir haben Max gerettet vor der Renn-Mafia. Es war ein erfolgreicher Tag gewesen. Und jetzt ist nur noch die Rainbow-Crew hier am Start. Um die werden wir uns auch noch kümmern. Lasst ein Like und ein Abo da. Check die Jungs ab. Tschüss, Leute.